Diese Höheprissen in der ganzen Zeit, natürlich. Nimm mal wieder. Oh, so beschissen. Nimm mal wieder. Nimm mal wieder. Was ist das denn jetzt? Ja, es ist gut. Scheiße, ja. Ah, was ist denn? Nimm mal wieder, so Schildkieper. Na, ich weiß es nicht mehr. Es ist jetzt. Ich hab' einen Säckchen. Es ist noch nicht so schön. An das Marsch. Wie machst du denn hier aus? Ja, ich bin. Ich bin super. Wie können Sie ihn sehen. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich mag mich damit dazu. Komm, die Gacko ist nachher. Ja jetzt wird es beendet. Komm ich damit klar. Ich bin hier beschissen jetzt hier. Ja, gut. Mach es. Arsch dich nicht. Aber es ist nichts für mich. Es ist nichts für dich so was. Aber du wirst mich nicht. Aber du wirst dich einfach nicht. So dumme Kaffeeksau. So Mistkröke. Oh, scheue dir. So ein Kaffeekscheuß. Oh mein Gott ist das Leerfisch hier. Immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Ich kann die Mucke schon nicht mehr hören. れる Prozess. Lass mich. Drücken Sie einfach nicht zur katomen grid. Lass mich heute wieder zurücknehmen. Geh auf keinen daughter. Können wir dann gleich da machen? Er ist jetzt schwitzen. Das��요. Ich habe ihn verletzt. Ich habe ihn verletzt. Ich habe ihn verletzt. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich bin nicht hier was ist das? Ich komme doch noch nicht mehr. Ich bewegt dich nicht. Ich bewegt dich nicht. Finde den Darkschuss. Da läuft nicht, aber das ist der letzte Dreck, ist das. Ja, das ist eine echte Witzscheiße hier. Dann schmeiß ich gleich runter. So ein Dünnschiss, ey. Das soll sich sparen können. Das ist die ganze Scheiße hier, das war mir bald, ey. Das ist die ganze Scheiße hier. Ich weiß nicht, wie viele Schüsse sind. Ich bin ein Dünn. Ich bin ein Dünn. Ich bin ein Dünn. Wir sind Dünn. Ich kann sie nicht wegdrucken, wenn er ihn geballert. Ich weiß nicht. Guck mal, schau an die Gesichter. Verstand nicht nur, wie sie könnten liegen oder was? Was ist denn hier? Aber da hat es wieder Wasser. Kommt in mir raus. Wenn sie jetzt prügelig hätte, ja? Was ist denn hier? Was ist denn hier? Was ist denn hier? Was ist denn hier? Ein bisschen eihrausam, was ist denn hier? Was ist denn hier? Ja, machen wir hier nichts mehr. Das kann man sich starren, so dass es ist. Ja, ich bin hier. Okay. Da ist ein Ding. Der Daumen ist nicht einer. Wie komme ich wieder? Ich bin hier aufgefangen. Ich kann es nicht weg. Ich bin hier alleine. 3,000 für den Expans. Das ist ein Wettbewerb. Was ist denn hier? Witz! Ich bin im Arsch gefickt hier. Nicht so mit Bumsen hier heute. Was? Scheiße. Ich bin seit 2000m. Aber ich bin in Berlin! Verglasen. Ich bin in Berlin! Ich bin in Berlin! Ich quitsche mir. Es tut dir schon. Ja. Ja. Hier ist er in der Sache. Ich muss das hier unten sein. Ah, amische Arsch. Na klar, ein paar mal drauf erjubel. Toll. Und hier? Ja. Oh, das war was. Ah, das liegt noch in der Arschposen. Cool, kann man ja noch mal rein. Oh, naja. Kleine Kinder. Oh, naja. Oh, naja. Oh.